Ich habe keine einzige Hoffnung in die Zukunft, aber ich zwinge mich, die Zuversicht in die Zukunft zu verbreiten. Sie auf den abgeblätterten Putz dieses Klassenzimmers zu projizieren. Jedem das Seine. Weißt du eigentlich, was über dem Eingangstor zum Vernichtungslager Buchenwald stand? Nein. Jedem das Seine. Wie ist es möglich, dass diese Formel für gerechte Menschen wie für die Nazi-Folterknechte gilt? Ich weiß es nicht. Weil das eine Lehrformel ist. Dasselbe lässt sich von den anderen Generalformeln sagen. Jedem nach seinen Verdiensten und nach seinen Bedürfnissen. Aber wer setzt denn fest, was die Verdienste sind und was die Bedürfnisse? Man sagt auch, was du nicht willst, das man dir tut. Das fügt auch keinem anderen zu. Wer aber sind die anderen? Wer? 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 Wer?